Dann schauen wir mal, was wir so an Medizin herstellen können. Wichtigen, ne? Hm. Okay. Hm. Oh, hi. Aber ist gut jetzt. Ist wie... Hm, da oben ist ein Sandwasserfall. Und der sieht aus, als wäre er ein Boss. Aua. Also der ist definitiv ein anderer, ein stärkerer Gegner. Aua! Ja, ist gut. Aua! Aua, Aua, Aua! Und tschüss. Blut des Eisentiers. Wie viel mal wetten, dass ich da nicht durchkomme? Ja, dachte ich mir. Oh. Ah, aber ich darf noch ein Dingens mitnehmen. Eine Seele. Die nehmen wir doch gerne mit. Hm. 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 Okay, da muss ich vorher noch irgendwas machen, um da reinzukommen. Ähm. Ähm. Das hat getroffen? Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Und tschüss. Mm-hmm. Die ignoriere ich beide mal. Ja, der Blume und den Pilz. Okay. Ja, ach ja. Danke. Ja, die können mich da nicht treffen. Von da aus nicht treffen. Gut. Wir haben... Hm. Hm. Hm-hm. Hm 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 hm. Also wir müssen hier Minimum einen Punkt rein machen Damit wir hier reinkommen Okay Achso, warte mal Das hier ist ja nur ein Rundgang Da kommen wir nur wieder hier hin Ich kann hier ja Hier war doch irgendwo ein Rauchwerk Kann ich doch einmal resetten Trotz mal Irgendwo hier hinten oder nicht Nein, da nicht Resetten wir mal So Eben mal kurz ein Stück trinken Das ist hier ja einfach nur ein Rundgang Ist halt wirklich sonst nichts Gut Er redet hier irgendwas von der Höhle Hmm Da oben ist ein Dead End Hier unten lang kommt man nur zu dem Typen Der einem sagt Nö, der Höhle ist ein Gegner Den musst du töten Damit ich mich zurückverwandeln kann Äh Hä Warte mal Ich kann mal ganz kurz gucken Der Schildgeist Da Er wird mit dem Tigerschild Äh Ab Angriffe und stößt Feinde zurück Dann schlägt er wiederholt auf Feinde ein Und rammt den Schild auf den Boden Um Feinde in Reichweite zu erschüttern Aha Hm Ich glaub hier oben lang ist der beste Weg Ich glaube hier oben Ich glaube hier oben Wo war hier der Weg hoch da Oh war hier der Weg hoch da Oh war hier der Weg hoch da nicht schon wieder ja aber in welcher höhle ja Von welcher Höhle redet er? Das ist so ein bisschen mein Problem. Ist hier irgendwo ein Höhleneingang, den ich übersehen habe? Hm. Hier ist halt eine Höhle, aber... Da oben ist nichts. Und hier unten ist ja eigentlich nur der Giftdödel mit Konsorten hier. Die Spucker und der Gifttyp sind ja nur hier, wo jetzt hier auch alles wieder lebt. Deswegen gehe ich mal immer außen rum. Da war nur die Truhe. Ich habe keine Ahnung, wo der hier einen Eingang zu einer Höhle gesehen hat. Gut. Weiß es nicht. Hier kommen wir ja einfach nur hier hin. Genau. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Hier ist sonst auch nichts. Hörst du diese Giftkacke? So. Hier steht irgendwie mit Drohnen drinne hier, ja. Okay. Ja, der Lotus. Da ist noch ein Geist. Gegner? Nein. Da ist noch ein Gegner. Ah. Lass mich da wegdeutschen. Aua. Aua. Hallo. 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 Geist. Tschüss. Schuss. Schuss. Okay. Hmmm. Oh Gott. Kein Gegner. Da drüben sind noch Gegner. Eine Gegner. Der da drüben ist eventuell noch einer. Komm. Ach. Ah. 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 Das war's. 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 Das war's.